Mein Pferd Caramba ist sehr vorsichtig, aber hier und da auch so ein bisschen kuckig manchmal und von daher habe ich schon gezielt ihn auch im Vorfeld auf dem einen oder anderen Rasenplatz eingesetzt und das hat sich immer gut angefühlt. Also ich habe mich ein bisschen intensiver darauf vorbereitet, würde ich sagen, aber ich habe jetzt nicht unheimlich viel mehr Druck gespürt. Eigentlich ist die Aufgabe des Reiters nur, ihm das passende Vertrauen zu geben und dann kämpft er auch unheimlich für ihn mit. Ich muss sagen, der Parcours an sich war sehr fair gebaut. Natürlich kommt für uns junge Reiter hier dann vieles zusammen. Gestern das Einlaufspringen, da verspürt jeder noch ein bisschen weniger Druck und das Springen ist auch ein bisschen einfacher, dann gab es schon recht viele Nullrunden und jetzt heute ist dann das Finale, auf das eben jeder von uns Reiter echt lange darauf hingearbeitet hat. Dann kommen noch die Arena dazu, die jetzt auch nicht jedem Reiter beziehungsweise jedem Pferd liegt und so kam es vielleicht hier und da zu kleinen Unstimmigkeiten. Es ist einfach für uns jungen Reiter beziehungsweise die, die aus dem jungen Reiteralter rauswachsen in der Seniorenlage, einfach in der Sparte noch U25 sind, sehr wichtig, um Erfahrung zu sammeln auf diesen Turnierplätzen. Ein Traum war es sowieso schon mal hier einzureiten, da ging schon wie gesagt schon mal ein Traum in Erfüllung und dann einmal den Rolex Grand Prix zu reiten ist natürlich noch ein weiteres Ziel, worauf wir fleißig weiterhin arbeiten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.